Hallo und willkommen back to Berlin. Love Parade 1998. Wir haben hier so illustre Gäste hier, ich kann mich gar nicht retten. Hallo Hell. Hallo Disco. Wo kommst du jetzt her? Du bist gerade erst gekommen oder was? Ich komme frisch gebadet aus dem Hotel. Das ist ein gutes Hotel oder? Schönes Hotel, Art Hotel, sehr arty. Du hast wahrscheinlich auch wieder nur 5 Platten dabei heute, weil du genau weißt, was du spielen wirst. Mir ist es ja so, dass man nur 20 Minuten hat, wie jedes Jahr, dieses Jahr 25. Und ich weiß ja genau, was ich spiele, wie jedes Jahr und habe mich vorbereitet. Und es sind vielleicht 10 Platten, die ich in der Kiste habe. Mehr brauche ich nicht. Wie war die WM für dich? Du warst ja extra in Frankreich, oder? Ehrlich gesagt, eher nüchtern. Und ich war auch im Spiel gegen Kroatien und habe mir Tickets gekauft auf dem Schwarzmarkt und war aus Versehen in der kroatischen Kurve. Und irgendwie war das schon deprimierend oder so. Wirklich. Aber du hast es gut weggesteckt. Na ja, es war sehr kräftezehrend, weil immer der deutschen Mannschaft nachzufahren und irgendwie Tickets zu kaufen, weil dieser ganze Schwarzmarkt-Skandal und so, es war sehr kräftezehrend und letztendlich enttäuschend, fußballerisch enttäuschend. Wird das musikalisch umgesetzt von hier dann, oder? Das ist immer schwierig. Ich habe wahnsinnig viel Partys gemacht die drei Wochen. Und ich glaube, ich habe es musikalisch besser umgesetzt, als die deutsche Mannschaft auf dem Fußballfeld. Aber da bin ich auch mal überzeugt jetzt. Ihr habt morgen eine ganz dicke Party. Gigolo Label mit Chris Corder, den hatten wir schon im Interview. Und der Nauti war auch schon da. Wer ist da noch bei? Sind mal neue Künstler dazugekommen, Dynamic Bass System aus München, Chris Corder ist da, Rock Johnson, die Helden aus Berlin. Wer noch? Ja, ich bin dabei, Nauti, David Caretta, Miss Kittin. Und wenn du mit Rocky endlich mal eine Platte machst mit Gigolo, dann bist du nächstes Jahr auch dabei. Jetzt verrate ich noch, warum du die Brille nicht ablehnen möchtest. Ach so, weil ich ein blaues Auge habe. Wo hast du das her? Beim Fußballspielen. Wir haben gegen eine äthiopische Mannschaft gespielt und 2-1 verloren. Ich habe zwar ein Tor geschossen, aber ich hatte einen ziemlich harten Gegenspieler. Und es war einfach ein normales Kopfballduell nach einer Ecke und er hat mich eben mit einem Ellenbogen erwischt. Aber mein Gott, sowas kam vor. Ich danke dir für das nette Gespräch. Ich freue mich schon auf dein Set und wir sehen uns morgen im BMF. Und ihr seid jetzt noch ein bisschen mit Jacques, wir melden uns später nochmal. Bis dann. Bis dann. Bis Dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020